Sind die jetzt da reingefallen, ne? Prima. Hast du was geangelt, ja? Hast du gut geangelt. Zweite auch noch? Erst mal den ein bisschen bespielen. Ey, du Huggie. Was ist denn mit dem zweiten? Huggie. Huggie deine Klappabelle. Huggie deine Klappabelle. Huggie. Klappat, klappat, klappat. Pixie und der Klappaball. Dick. Jawohl. Ah, jawohl. Schieß ihn. So, guck mal hier. Zweiter Klappaball ist noch im Wasser. Oh, jetzt ist der schon richtig untergegangen. Kriegst du den auch noch raus? Guck mal, guck mal hier. Guck mal, kann man gut sehen. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Guck mal, beides. Zack, zack. Welcher soll es sein? Der? Dankeschön. Und nochmal. Krieg ich keinen mehr? Doch, bring mir mal einen. Nee, hol mir einen. Jawohl. Den Teufel wirst du tun, oder? Du frech. been to und war. Nee. Vielen Dank.